Servo! So und damit recht herzlich willkommen zurück zu Fallout in New Vegas. Weiter geht's. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Immer noch mit Green-Green. Ne, Green-Green nicht. So, Aufgaben. So, das muss ich auch noch machen. So, Kamin wurde Karawane, müssen wir da. Weißt wo ihr von Green-Side. Gehen wir es mal zum Affenschieber, wa? Könnten wir uns vielleicht noch ein bisschen Munition holen? Willkommen, Sir. Warte mal auf Instagram. Wollen wir hier überhaupt was gehen lassen? Erst mal gucken. Ich hab was angebrochen. Ich bin doch nur ein Deckel, ey. Oh, Sau. Ähm. Hier gibt's nichts. Verlassen. Na ja, gehen wir mal zu Kamin und Karawane. Da vorne ist irgendwo eh noch. Das haben wir gleich. Mir entkommst du nicht. Alter. Nee. Boon, geh mir nicht auf den Tisch doch. Mir entkommst du nicht. Alter. Nee. Die hängt ja richtig im Nacken. Sieht es mit ein paar Monate. Das geht in theoretisch im Sack. So, mach mich hinsetzen. Free-Side. Kaminruhe der Karawane. Kaminruhe der Karawane. Wenn sie handeln wollen. Ähm. Zähne. Zähne. Was brauchte ich jetzt eigentlich? Wenn der soll das haben... Was? Ähm. Ich brauche jetzt zu... Nun, die Fargo-Händler haben versucht uns den Vertrag für die neue Rüstung der Soldaten abzuluchsen. Damit wären wir wieder im Vorteil. In Ordnung. Sagen Sie McCarran, er kann in etwa einer Woche mit der ersten Lieferung rechnen. Hä? Ja, schön für dich. Wird der noch Arztklippe brauche ich noch. Wo ist es schön? Wo ist es gut? Gut. Gut. ok scotch kann weg schmutzig das Wasser kann weg Könnte man mal gebrauchen irgendwann Nachtsicht brauchen wir jetzt unbedingt Ok Appline Ja Sensitikers Aufwärm Ah, das ist auch Mensch. Bimpern, Digger. Wir müssten auch schlafen, ne? Können wir hier irgendwo schlafen? Vielleicht? Nein, wir werden die Erde roten. Ob ich hier schlafen? Äh, wollen wir mal C bestimmt, ne? Hauptsache es mich schweckt jetzt keiner auf. Es war nicht rot. Es war kein Fremdesbette. So, jetzt haben wir es mal für Kunst. Hallo! So, ah, alles klar. Was nehmen wir mit? Hätten wir das andere gar nicht mitnehmen müssen, ist nicht toll. 5mm Überschuss. Mikrofessionszellen. Ja, da kann man jetzt erst mal den mit Tal fangen. Ja, zack. Soll mir recht sein. Ähm, Jagdgewehr. Da war erstmal ein Avenger um drinnen. Mal sehen, wie da die Überschussmunition ist. Und jetzt sind die so effektiv, wie... Wie so effektiv, wie normale Munition, aber... Passt schon. Äh... Dann zurück nach Bitter Springs, in dem es das Zeug noch geben. Müssen wir da mal probieren. Minigun. Unfassbar. Caesars Legion startet einen Großangriff, und ich bin hinterher noch am Leben. Naja, möchte mal sein, wa? Ich hab Angst. Schön für dich. Diese medizinischen Vorräte sind... Beide? Wow, sie sind ja einfallsreich. Vielen Dank. Ja, ich denke, damit sollten wir auskommen. Ich weiß gar nicht, wie ich mich bedanken kann. Diese ganzen Vorräte werden viele Leben retten. Keine nötige Dankes... äh, äh, Dankes... ...wirorten, bitte ich, Kerbiger Gold. Trotzdem, noch einmal danke. So. Kaum zu glauben, dass die Legion uns in so großer Zahl angegriffen hat. Sie sind viel stärker, als wir dachten. Na ja, das hat sich bald. So. Da hätten wir das auch erledigt. Äh, Aufgaben... Wo die Weise wieder... Wie... Wieder blöd. Und da müssen wir auch noch hin. Da sind sie lange... Da sind sie lange großgegangen in der Welt. Das ist die, okay, Silo. Herzschmerz nach Ansage... Ehrlich auch öffnen wir das hier Ramare. Dann würde ich sagen, wir gehen doch mal nach Preside. Vorher gehen wir zur 188 und handeln dort mal mit dem komischen Dude. Hier haben wir auch noch einen Begleiter. Ich will bloß aufpassen, dass hier irgendwo dann hier die Legion auftaucht aus dem Nichts. Und versucht uns an Popole zu fassen. Halt deine Kuschel und zeig mir dein Angebot. Hier ist noch nichts weiter vorhanden. Na klasse. Waffentechnisch. Munitionskiste 556. Überschuss. Das müsste eigentlich mit hier sein, ne? Mehr gibt es ja nicht. Hier haben wir auch noch wirklich... Zumindest 7 Sprengstoffe haben wir hier. Das war's dann aber euch schon wieder. Den nehmen wir mit. So, Blanco, Mac & Cheese. Das kann weg, das kann weg. Steine werten sich. Steine weg, das kann weg. Steine können weg. Steine kann weg. So, Elektronenakku. Weg damit. Weg damit. Ehhhh.... Da ist nichts weiteres weg, haben. geben sie mir bescheid mann ich liebe meine knarren soll mir recht sein Arzttaschen haben wir noch welche hier das ist schon mal geil gut der kann ich spulen jetzt wieder zurück aber wir holen jetzt mal noch die Ausrüstung erstmal aufklären so dann muss ich sagen hey danke dass sie mich nach petersprings gebracht hat hat einiges geklärt für mich ist gar kein thema bro so ich glaube so wenn sie so dann musst du aber mal wir haben ja einiges an Munition rum geschnürmt du musst jetzt mal die Aufstandsausrüstung abbrechen mein Gott sind das so schwer so nerven sie immer kann nicht mehr trocken halt deine Küche der Jogdgewehr das ist voll mit dem jetzt so wir haben trotzdem geschossen können geben sie mir bescheid haben sie gesehen was so ein das ist alles witzig das ist voll mit dem der Jogdgewehr der Jogdgewehr der Jogdgewehr der Jogdgewehr 5 5 6er brauchen wir nicht mehr mal gucken ob wir in der Erde auch nichts 5 5 6 Pistole brauchen wir auch ne erhöht richtig ich glaub das braucht mir irgendwo für die Super Mutanten ne 5 5 6 Pistole müssen wir später nochmal gucken bevor wir irgendwas machen Karawarenflinte ah das ist alles scheiße er hat halt wirklich nichts ist was ja weg damit weg damit weg damit weg damit weg damit ja mach es scharf zu wir sind dehidriert wir brauchen noch was zu saufen äh Hilfsmittel äh aber da werden wir das auch ja Mann ich liebe meine Knabe dann würde ich sagen Gehen wir mal nach Freeside. Freeside. Ab nach Freeside. Nach Freeside geht es ab. Dann mal rein hier in die gute Stube. Achso. Ein Little Buster? Wer ist ein Little Buster? Guten Abend. Der Gentleman und ich wollten uns gerade auf einen Preis einigen. Sie werden diesmal jemand anderen anwerben müssen. Little Buster. Okay. So, hier müssen wir auf jeden Fall rein. Wir müssen uns den Arzt holen. Hier ist er. Hallo. Wenn Sie Medizin... Äh, warum schon... Ich selbst? Nein. Ich bin sicher, dass Sie etwas für Sie tun können. Ach, Sie wissen schon. Das ist der Sozieher... Seit etwa... Wollen Sie medizinische Vorreden? Ja, vorne. Äh... 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 Das ist untertrieben. Es herrscht verdammtes Chaos. Die Freeside-Bewohner legen sich dauernd mit RNK-Zivilisten an. Schläger und die besuchen ständig nach Opfern. Und die örtlichen Familien lehnen sich einfach zurück und verdienen mit dem Chaos auch noch Geld. Freeside. Freeside braucht dringend Hilfe. Irgendwas muss immer erledigt werden. Ein paar Leute hier aus Freeside könnten viel für die Gemeinschaft tun, wenn sie nur ihre Sucht los würden. Wir müssen einen regelmäßigen Medikamentennachschub organisieren. Aber die kaminrote Karawane verlangt für das, was wir brauchen, viel zu viel. Außerdem verschlimmern sich die Spannungen zwischen Einheimischen und Touristen zusehends. Viele Unschuldige werden unter einer Eskalation leiden. Die Zahl von Verletzungen und Krankheiten in Freeside Die Zahl von Verletzungen und Krankheiten in Freeside Freeside Bisher kommen wir mit der Kamin Sie könnten im Mick & Ralphs nachfragen oder mit den Gerrits sprechen. Aber die sind wahrscheinlich zu beschäftigt, damit Freeside zu vergiften. Kommen Sie zu mir Ja, der alte Beronte und Jacob Hoff In Der große Mann hier in der Gegend heißt der King Es passiert nicht viel Freeside, das ihm entgehen würde. Er hat den meisten Einfluss hier und seine Jungs machen es noch schlimmer, weil sie RNK-Bürger belästigen und doppelt für Wasser zahlen lassen. Einige RNK-Soldaten bringen Nachschub hierher, aber nicht für die Einwohner von Freeside. Ich habe versucht zu vermitteln, aber das nützte nichts. Hallo! Ich habe versucht zu vermitteln. 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 Ich habe versucht zu vermitteln.